Hallo und willkommen zu einer neuen Playlist. Diesmal geht es um GIMP Bildbearbeitung. Ich werde die einzelnen Videos nacheinander aufbauen. Erstmal mit dem Werkzeugkasten beginnen und dann schauen, was man noch so alles mit diesem Programm machen kann. Wir sehen hier die Oberfläche von GIMP 2.8 hier im Einzelfenstermodus. Früher gab es das ja noch nicht in der Vorgängerversion. Man kann das aber auch ausschalten. Dann hat man hier die Werkzeuge wieder extra, ebenso den Ebenendialog und hinten die Oberfläche, wo die Bilder bearbeitet werden. Die sind dann auch entsprechend extra. Ich habe jetzt hier zwei Bilder auf und die werden dann extra, wenn ich sage Einzelfenstermodus. Dann habe ich halt hier ganz schön einen Karteireiter, wo ich auf die verschiedenen Bilder wechseln kann. Ich habe hier entsprechend den Werkzeugkasten. Wenn ich hier ein Zeichenwerkzeug auswähle, Pinsel zum Beispiel, habe ich hier unten den Pinselspitzendialog. Ich kann bei Füllfarben hier entsprechend die Farbverläufe auswählen, die dann hier entsprechend verfügbar sind. Und dann hier weitere Einstellungen bekommen können. Und was wir hier oben noch haben, das ist der Dialog mit den einzelnen Ebenen. Hier sind Mehrebenen aufgemacht. Kurze Erklärung. Wenn man in einem Bild Veränderungen vornehmen möchte, dann ist es besser, in einer Bildkopie zu arbeiten. Ich habe jetzt hier eine Kopie angefertigt. Und wenn man hier dann entsprechend Veränderungen vornimmt, die man dann vielleicht nicht mehr rückgängig machen kann, dann ist das Originalbild nicht zerstört. Und diese Bildkopie hier, die kann man dann entsprechend vielleicht löschen, je nachdem, was man mit dem jeweiligen Bild vorhat. Hier in diesem Bereich sieht man es etwas deutlicher. Die einzelnen Farbkleckse, die sind hier auf drei verschiedenen Ebenen verteilt. Wenn ich hier den Hintergrund ausblende, dann sieht man auch hier so ein Schachbrettmuster. Das bedeutet, jedes Bild hat praktisch nur einen Farbklecks. Und bei dem Schachbrettmuster, da spricht man von Transparenz. Das heißt, in diesem Bereich sind keine Bildpunkte sichtbar. Wenn man jetzt diese Grafik so abspeichern würde, also ohne den Hintergrund, und zum Beispiel in ein Word-Dokument einfügt, dann würde man hier praktisch nicht den Text, also würde man an der Stelle praktisch den Text durchsehen, wenn man diese Grafik in den Vordergrund entsprechend formatiert. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier die einzelnen Kanäle. Die kann man hier entsprechend auswählen. Also hier ist immer eine Farbe, dann Rot-Grün-Blau, sichtbar. Und wenn man die entsprechend auswählt, also Bilder bestehen ja aus Rot-Grün- und Blau-Werten, und hier entsprechend die Deckkraft, dann kann man hier auch nochmal entsprechende Farbveränderungen vornehmen. Hier bei diesem Pfeil, da handelt es sich ums Journal. Hier ist genau aufgeschlüsselt, was hier entsprechend verändert wurde. Das heißt, dieses normale STRG-Z, also Rückgängigmachung, das kann man hier in dem Bereich dann schneller machen, indem man hier einzelne Bereiche löscht. Und wenn man hier noch weitere Dialoge anführen möchte, dann kann man hier auf diesen Pfeil klicken. Dann sagt man zum Beispiel Reiter hinzufügen. Und dann zum Beispiel Auswahleditor ist ganz nett. Damit kann ich zum Beispiel ein neues Bild, wenn ich hier eine Rechtecksauswahl habe, und sage Umriss aus Pfad mit einer Breite von 6. Dann kann ich die hier zum Beispiel entsprechend nachziehen. und habe hier ein Rechteck, also hier diesen Auswahleditor. Und man kann den auch natürlich wieder entsprechend lösen, anders positionieren oder ganz ausblenden. Ja, ich habe es gerade gezeigt, unter Datei Neu konnte man ein neues Bild aufziehen. Entweder hier dann standardmäßig diese 640 zu 400 eingestellt, oder man holt sich hier entsprechende Vorlage, oder was auch möglich ist, dass man hier entsprechend selber das Maß bestimmt. Und wenn man entsprechend speichern möchte, hier muss man auch aufpassen, wenn man hier aus GIMP heraus speichert, wird automatisch im XCF-Format gespeichert. Es ist eigentlich ein Dateiformat, mit dem man eigentlich nur GIMP umgehen kann, und vielleicht eine Handvoll anderer Programme. Wenn man es aber zum Beispiel in Photoshop weiterverwenden möchte, die Bilder, dann muss man das anders speichern und sagt man Datei exportieren als, und dann kann man hier entsprechend den Dateityp auswählen. Hier zum Beispiel ein JPEG-Format oder Bitmap oder ein Photoshop-Format und kann dann hier entsprechend auf Exportieren klicken und kann dieses Bild dann in das entsprechende Format speichern.